Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und was war das für eine Nacht? Ich kann nicht mehr. Darauf erstmal eine Cola, eine schöne Cola-Mix von Laikheim, denn gestern Abend, äh, gestern tagsüber war ja nicht nur der Sea Day, der Magma Community Day, äh, wo ihr wieder entschieden habt, dass wir sechs Stunden lang streamen sollten, haben fünfeinhalb von sechs Stunden eigentlich die ganze Zeit nur geradet. Ich hab viele Leute da reingeschmissen in die Raids, hab selber gar nicht mitgemacht, hab nebenbei Magma klickern lassen, wir haben die Aufgaben gemacht, wir haben wieder dieses 99-Cent-Ticket gehabt, was sich meiner Meinung nach immer lohnt. Es ist nicht teuer und ihr bekommt trotzdem was, ne, ist nicht immer so, da gibt's andere Themen, aber, was war noch genau? Genau, wir haben den, den Darth Bacon, der hat einen Tag vorher 81 Euro gespendet insgesamt und gestern wurden im gesamten Stream 110 Euro gespendet, also, ihr dreht komplett durch, danke dafür erstmal, für den Support, für die Unterstützung, darauf mache ich jetzt auch erstmal die Cola auf. Und, nachdem man also sechs Stunden lang Sea Day durchgestreamt hat und dachte, es ist vorbei, jetzt hat man endlich Wochenende, man kann chillen, gab es abends ja noch das City Spotlight. Die City Spotlight? Der City Spotlight? Da fragen wir wieder BisaFanTV. Auf jeden Fall waren es ja eigentlich vier Events, die angekündigt waren, in Auckland, Neuseeland, in Tainan, Taiwan, in Busan, Südkorea und eigentlich in Kyoto, Japan. Aber Kyoto, Japan wurde dann abgesagt, wegen Corona. Ich war trotzdem bei den restlichen Dreien dabei, sprich, angefangen in Auckland, 22 Uhr bis 6 Uhr ging das, ab 2 Uhr ging, glaube ich, Tainan, Taiwan los, bis 10 Uhr und Busan müsste dann von 3 Uhr bis 11 Uhr gewesen sein. Was man mit 3 Tickets braucht und warum und wie bekloppt man eigentlich ist, da gehen erstmal Grüße raus an Julchen. Julchen hat das Ganze nämlich gesponsert, Julchen hat für Auckland mir ein Ticket geordert und hat das bezahlt, hat gesagt, komm, das sind, ich glaube, 4, 5 Euro waren das sogar, nur war also recht günstig. Hat mir das gesponsert, Dankeschön, auf jeden Fall, ohne sie wäre das auch wieder mal nicht möglich gewesen, braucht man ja auch wieder Kreditkarte, geht bei mir nicht, alles Quatsch. Hin und her, Julchen hat das gemacht. Für die zwei anderen habe ich gesagt, sie soll mir sagen, was sie kriegt. Sie hat noch nicht gesagt, was sie kriegt. Vielleicht sponsert die das ja auch, muss sie aber nicht. Sie kann ruhig sagen, ja, sind 8 Euro ungefähr, dann würde ich ihr sogar 10 Euro geben. So ist nämlich der Ramses, wenn einer sagt, er kriegt 8, dann rundet er immer großzügig auf. Beim Extreme, der kriegt jeden Monat 4 Euro, aber ich gebe ihm jeden Monat 5, weil ich immer aufrunde. Gibt es auch andere Leute, die nicht aufrunden. Na doch, die aufrunden, aber zu eurem Nachteil. Das aber wieder, das kommt immer zu durch, der Hass. Aber jetzt möchte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, was gestern los war und was abging. Ihr habt nämlich eine Spezialforschung bekommen. Wenn ihr so ein Ticket hattet, City Spotlight 2020, Seite 1 von 1. Ihr seht schon, drehe 30 Pokestops oder Arenen, gibt es einen Rauch. Brüte 3 Eier aus, gibt es eine Maschine zum Brüten, verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit einem Kumpel, äh, mit deinem Kumpel. Gibt es eine Pokémon-Belohnung, verdiene 9 Herzen mit deinem Kumpel, ein Knusp. Und schicke 3 Geschenke an Freunde, 2000 XP, EP. Weiter unten hat man noch gesehen, für das komplette Abschließen gab es 3 Glücks-Eier, 2000 Staub und ein Log-Modul. Diese 9 Herzen verdienen, klingt erstmal viel, aber es, ich habe wirklich die ganze Nacht über so oft meinen Buddy gewechselt, habe mir so viele Herzen dazu verdient, habe so viele, äh, Buddies gepusht Richtung Best Buddy. Manche sind auch Best Buddy geworden, denn es war das erste Mal, dass man nicht nur 2, sondern gleich 3 Herzen in jeder Kategorie verdienen kann. Plus, wenn er erregt ist, dann ja wieder das Doppelte, also ihr konntet statt 4 ganze 6 Herzen verdienen in einer Kategorie. Das müsst ihr euch mal vorstellen, das war auf jeden Fall richtig heftig. Was habe ich als nächstes? Nach der, äh, neben den Spezialaufgaben gab es auch im Heute-Tab, je nachdem wo ihr gerade wart, bestimmte Sachen, zum Beispiel hier in Auckland war das halt, mach einen Schnappschuss in der Nähe vom Victoria Park, von Albert Park, von Auckland Domain, von Takutai Square und von Commercial Bay plus Vinyard Quarter. Da gab es jedes Mal eine Pokémon-Belohnung und dann als Endbelohnung wieder ein Glücksei, ein Knursp und 1000 Staub. Wenn man das alles fertig hatte, konnte man theoretisch mit Rauch nur noch durch die Gegend steppen. Im Rauch gab es dann auch weiterhin besondere Pokémon, ganz oft natürlich Labras und, äh, Icognito. Icognito nur aus dem Rauch und auch als Shiny verfügbar. Deswegen konnte man gemütlich mit Rauch dann laufen, ohne was zu fangen, um zwei Stunden Cooldown zu umgehen, für die Leute, die sich auskennen, um dann ab zwei Uhr theoretisch in Tainan, Taiwan, weiterzumachen, zu wechseln, dort wieder die Aufgaben zu lösen. Diesmal gab es dort aber keinen Spezial-Tab, das hat nur einmal gezählt, aber es gab auch wieder diese, ähm, Schnappschüsse, die man machen konnte. Natürlich dann andere, andere Vorgaben, ist ja klar, den Victoria Park, den gibt's ja hier in Auckland, den gibt's ja nicht dort. Ihr habt dann wieder das gemacht und konntet euch wieder diese Belohnungen abholen. Und dann seid ihr wieder ein bisschen gelaufen wegen dem Rauch und habt dann ab drei, vier, fünf Uhr irgendwann in Busan noch die restlichen gemacht. Und ich möchte euch auch zeigen, wenn man alles abgeholt hat, was es natürlich gab. Die Pokémon-Belohnung nämlich im Spezial-Tab war ein Labras. Ist ja nicht so, dass Labras sowieso gefühlt zu 90% aus dem Log-Modul kam. Ihr seht, auch hier seht ihr Labras auf dem Hintergrundbild. Wenn ich das mal wegschiebe, oh nee, nicht so, das war jetzt nur für mich, muss hier rüber. Wenn ich das mal wegschiebe, seht ihr hier hinten, oh, guck mal, Nikognito. Oh, und unter meinem Teppich seht ihr auch meinen Müll, den ich da versteckt hab. Ihr seht also Labras, ihr seht Capuno, Flampion, ihr seht hier Kastatur, ein bisschen. Ihr seht hier, ähm, wieso ist da eigentlich Flunschlik normal? Es gab doch Gala-Flunschlik, egal. Auf jeden Fall gab es da Labras aus der Pokémon-Belohnung. Und es ist sogar ein recht gutes gewesen mit 11,26. Hier seht ihr auch die Werte und sogar Gefangenen in Hildburghausen. Ja, wie geht das denn? Dann hab ich das alles abgeholt, dann war die Spezialaufgabe auch schon vorbei. Dann haben wir die ganzen, äh, Schnapp-Schüsse gemacht. Und bei den ganzen Schnapp-Schüssen zeige ich euch jetzt auch die Pokémon-Belohnungen. Wenn alles fertig war, zuerst gab es nämlich ein Icognito. Natürlich gab es das Icognito C. Es gab nämlich nur Icognito C. Warum ich hier ein Icognito S habe. Das könnten die Hardcore-Boofer sich jetzt selbst denken und erraten. Alle anderen möchte ich, äh, mit einem großen Fragezeichen zurücklassen. Auf jeden Fall haben alle, die dort gespielt haben, ein Icognito C aus der Aufgabe bekommen, was es ja eben auch als Shiny gab. Ich hab ein, was nicht beachtet und habe deswegen ein S bekommen. War aber nicht schlimm. Die anderen Belohnungen haben nämlich gestimmt. Dann gab es nämlich ein 2 des Labras. Auch wieder mit recht gutem IV. Diesmal sogar noch besser, ein 96er. Ähm, dann gab es ein Galaflunschlik aus der Aufgabe. Ein Castadur gab es auch aus der Aufgabe, was auch hätte Shiny sein können. Und es gab ein Kapuno aus der Aufgabe. Hätte auch Shiny sein können. Ein Flambion aus der Aufgabe. Auch sehr cooles Pokémon, aber nicht als Shiny. Dann haben wir den Rest unten natürlich noch abgeholt. Hier Knursp, Eier, 1000 Staub. Und hier, hab ich mir jetzt nur als Screenshot geschickt, seht ihr Icognito C als Shiny aus dem Rauch. Und das war wohl wirklich das Highlight von den ganzen City Spotlights. Hier habe ich es nochmal frisch im Fangbildschirm. Ihr seht, das war schon 4 Uhr nachts. Man kann ja sowieso gucken, hier 22.53. Die ganze Zeit, wie die vergeht. 22.51, 22.49. Angefangen hatte es hier 22.04 und so weiter. Bis dann irgendwann 4 Uhr nachts, Shiny Icognito C da war. Deshalb schon mal die Frage an euch. Wer von euch hat vielleicht sogar auch das Event gespielt? Ich weiß, es sind sehr viele Allrounder unterwegs in der Community. Wer von euch war auch dabei? Ich habe einen gesehen in Auckland, der hat ein Logmodul gezündet. Den habe ich sogar in meiner Freundschaftsliste. Hat mich selber überrascht. Fand ich aber lustig. Wer von euch hat das Event auch gezockt? Wer von euch, der das Event nicht gezockt hat, hat trotzdem schon ein Shiny Icognito? Egal, ob vom Go-Fest dieses Jahr oder von der Ultra-Woche, wo es die in den Raids gab. Wer hat schon ein Shiny Icognito? Und wer hat alles bis auf das C? Und wer hätte gerne ein C? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war, glaube ich, ja, das war hier der Rest. Und um euch zu zeigen, dass ich nicht flunker, dass das alles stimmt und dass das wirklich meins ist. Gehen wir mal kurz live hier rüber in die Spielansicht. Netzwerkfehler, das steht schon mal für mich, dass das wirklich meins ist. Wir geben hier mal kurz Schilland ein. Und dann seht ihr hier, nach dem Magma-Z-Day tagsüber gab es zwei Phlegmon. Eins mit 827, eins mit 766. Dann hier das Shiny Icognito. Das hatte ich dann direkt in die Arena gesetzt, ist direkt gestorben. Seht euch das an, wie das aussieht. Richtig genial. Alle Ultra-Buchstaben, G und O als Buchstaben dabei. Eben beim Community-Raid gab es auch noch ein Shiny Terrakium. Ich habe wieder zwei Community-Rains in den Community-Tab gepostet und wieder auf Discord und Telegram geteilt. Es kamen auch direkt gleich zehn Leute zusammen, sogar mehr. Ich konnte aber natürlich nur zehn einladen. Jetzt frage ich mich gerade, wieso ich überhaupt die Cola aufgemacht habe. Wenn ich eh nichts davon trinke. Trotzdem kann ich das schon wieder hier alles zumachen. Wie gesagt, wenn ihr schon ein Shiny Icognito habt, schreibt es mal rein. Und nochmal auf die Buddy-Pokémon. Ich fand das also wirklich genial. Ihr habt theoretisch nur eine Beere gefüttert und euer Buddy war schon direkt erregt. Also aufgeregte Stimmung. Und ihr wisst ja, wie das ist. Normalerweise habt ihr da zwei. Zwei? Ich blick selber nicht mehr durch. Normalerweise habt ihr... Eigentlich habt ihr doch drei. Auf jeden Fall habt ihr eine Beere gefüttert und schon direkt war der erregt. Und wenn ihr dann dreimal gekämpft habt, habt ihr gleich sechs Herzen voll gehabt bei Kämpfen. Ihr habt den dreimal am Bauch gestreichelt, habt sechs Herzen direkt voll gehabt bei Spielen. Ihr habt drei Schnappschüsse gemacht, habt direkt sechs Herzen voll gehabt. Was gab es noch? Ach so, neuer Ort besuchen. Drei Stops gedreht, sechs Herzen voll gehabt. Ihr konntet so gut dort Herzen farmen. Deswegen wollte ich das auch nicht als Stream übertragen, da ich da etwas gebunden wäre auf eine Stelle. So konnte ich mich frei bewegen, habe das alles mitgenommen, habe die Buddies ein bisschen gepusht. Es hat auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht, mal was anderes zu sehen. Diese besonderen Quests durchzulaufen, die Schnappschüsse zu machen, zu gucken, was es da alles gab. Und für diejenigen, die nicht dabei waren, ist es vielleicht trotzdem interessant zu sehen, was sie verpasst haben oder was sie beim nächsten Mal vielleicht bekommen können. Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch bei uns bald mal City Spotlight. Vielleicht in Hamburg, Berlin, Hildburghausen, die drei größten Städte Deutschlands. Vielleicht sehen wir das bald auch mal hier. Das wäre auf jeden Fall genial. Wart ihr dabei? Wie gesagt, wie findet ihr so das Event? Billiges Ticket, vier Euro. Gab es trotzdem eigentlich lustige Sachen? Und das Highlight natürlich das Scheide-Ikognito. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Wow. Bis zum nächsten Mal.